Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Niko Doppenseiden geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Zauberrei. Und heute zeige ich euch ein Kraftentrick. Viel Spaß. Eins, zwei, drei. Drei Mal benannt. Und mir tut gerne bei Neinhessen Affen. Und hier ist der Apfel Dodo. Und Dodo hat Hunger auf Bananen. Einmal Bananen drehen wir um. Drehen wir unter eine Banane. Dodo hat ja Hunger. Hier einmal Bananen will Dodo. Hier ist Dodo. Drehen wir runter. Dodo hat Hunger. Und jetzt habe ich noch eins. Zweimal Bananen. Und Dodo hat jetzt einmal Bananen gegessen. So. Aber Dodo ist ja nicht dumm. Weiß ganz anders. Ich habe noch zwei Mal Bananen. Ja, das stimmt Dodo. Hier. Eins. Zwei. Und Dodo müssen nochmal Bananen haben. Zweite Mal. Okay Dodo, kriegst du zweites Mal Bananen. Da drunter. Und jetzt habe ich noch einmal Bananen übrig. Und Dodo hat das zweite Mal die Bananen gegessen. Aber Dodo ist immer noch nicht satt. Weiß ganz genau. Ich habe noch eine Banane übrig. Einmal Bananen übrig. Ja das stimmt Dodo. Hier. Und Dodo möchte noch die letzten Bananen essen. Okay Dodo. Oh, jetzt hat die Dodo die letzten Bananen gegessen. Ja. Hier. Und jetzt habe ich Dodo gesagt. Das war ein bisschen Sophie Dodo. Weil euch der Dreck gefallen hat. Daumen nach oben. Schön. Deswegen schau dir hier aus. Daumen nach oben. Vielen Dank.